Ignorieren oder melden? Also ich bin keine Meldemuschi, im Zweifelsfall ertragen. Büro oder Rollstuhl? Das muss man gut mischen, glaube ich. Es gibt nicht entweder oder. Die gesunde Mischung macht es. Schulbetrieb, digital oder analog? Digital ist eine wichtige Ergänzung, aber der Lehrer muss das Heft in der Hand haben und man muss sich von Angesicht zu Angesicht sehen. Also rein digital geht auch nicht. Frühaufstuhl oder Nachträume? Ich persönlich stehe mit doch zunehmendem Alter jetzt immer früher auf und liebe den Morgen. Ausbildung oder Studium? Am besten man kombiniert beides. Das sollten wir nicht als Gegensatz sehen. Ein Studium ist eine wunderbare Sache, aber auch nicht für jeden das Richtige. Podcast oder Radio? Ich höre Podcast eher selten, bin noch ein Radiohörer, auch wenn das manchmal nur noch schwer erträglich ist. Insofern sind Podcasts eine gute Ergänzung. Idealist oder Realist? Bei manchen Themen muss ich sagen, bin ich Idealist, aber es gibt auch Themen, die muss man pragmatisch angeben.